Bald heißt es wieder, das Runde muss ins Eckige. Denn die neue Bundesliga-Saison und damit auch ein neuer Teil EAs beliebter Fußball-Simulation FIFA 16 steht uns ins Haus. Auf der diesjährigen E3 gaben uns die Entwickler schon mal detaillierte Einblicke in ihr neuestes Machwerk. Grund genug, für euch die wichtigsten Änderungen zusammenzufassen. Über allem steht natürlich wieder ein Überbegriff, Innovation. Und auch wenn wir diesen Jahr für Jahr vorgesetzt bekommen, hat Electronic Arts es immer öfter geschafft, ihn auch mit handfesten Beweisen zu stützen. Zu Innovation gesellt sich später auch Balance, da den Entwicklern selbst aufgefallen ist, dass es damit im letzten FIFA-Jahr nicht allzu weit her war. Nicht umsonst ist Real Madrid gegen Real Madrid eine der häufigsten Online-Paarungen im Vorgänger gewesen. Eben diese Flügelfixierung war den Entwicklern ein Dorn im Auge. Deshalb soll mit FIFA 16 das Mittelfeld wieder eine deutlich größere Rolle einnehmen. Angriffe erfordern eine Überlegung und Taktik. Auch die verbesserte Verteidigung trägt ihren Teil dazu bei. Waren im Vorgänge die Spieler noch stark auf den Ball fixiert, sodass sich der nicht ballführende Angreifer mit Leichtigkeit in den freien Raum stehlen konnte, so arbeitet jetzt der gesamte Abwehrverbund als Einheit und macht geschickt die Räume eng. Es wird also deutlich schwerer eine Lücke zu reißen. Darüber hinaus wurden auch die Dribbling- und Zweikampfanimationen von Grund auf neu gestaltet. Das hat zur Konsequenz, dass Bewegungen nun realistischer abgebildet werden und euch dies auch im Spiel weiterhilft. Bewegungen, Körpertäuschungen, enge Ballführung. Das Spiel verspricht überall eine Schippe draufzulegen. Durch die neuen Animationen ist es nun auch möglich geworden, Verteidiger mit einer Körpertäuschung zu einer Grätsche zu bringen, da diese die ausgeführte Bewegung des Angreifers falsch interpretiert hatten. Genauso können nun mit dem rechten Stick Finden ausgeführt werden, wenn man den linken Stick dabei festhält. So kann Lionel Messi zweimal über den Ball steigen, um seinen Gegner zu verwirren und dann mit einem schnellen Antritt Richtung Tor sprinten. Man denke hierbei nur an unbeholfen Hakenschläge aus dem Vorgänger. Dieses Feature macht Lust auf mehr. Was man allerdings erkennen muss, die Grätsche gewinnt in FIFA 16 deutlich an Effektivität. Talentierte Kicker können nach einer Grätsche, die ihren Zweck nicht zu erfüllen droht, mit einem weiteren Druck auf die Grätschentaste ihren Spieler schnell wieder auf die Beine kommen lassen, sodass er mit dem Körper den Angreifer wegblockt. Das klappt besser, je talentierter der Verteidiger ist. Klar ist, ein Philipp Lahm kann schneller nach einer Grätsche aufstehen, als ein Georg Teigl von Rasenball Leipzig. Damit heißt es nun nach einer gescheiterten Attacke nicht gleich Game Over für die verteidigende Mannschaft. Eine sinnvolle Neuerung. Auch sprach der Creative Director im Interview, man wolle mehr Moments of Magic, also magische Momente im Spiel haben. Ob das nun gut oder schlecht ist, bleibt abzuwarten. Hoffen wir mal nicht, dass dies zur Folge haben wird, dass in jedem zweiten oder dritten Spiel ein Fallrückzieher aus 20 Metern, ganz im Stile eines Zlatan Ibrahimovic, sitzt. Die alte Masche, Flanke, Tor, so einfach kann Fußball sein, soll nun wieder mehr Können abverlangen. Oder zumindest ein Gefühl für Timing, wie der Creative Director anmerkte. Stürmer brauchen ein bestimmtes Fähigkeitenlevel, um schwierige Bälle zu erreichen und durch die Antizipationsfähigkeiten der Verteidigung sollte man in Zukunft zweimal überlegen, ob man einen Ballverlust durch eine schwache Flanke riskieren möchte. Vielleicht ist auch euer Stürmer einfach nicht talentiert genug und verpasst die Flanke einfach. Das kann eurem Kontrahenten wiederum beste Konterschancen eröffnen. Selbst die Flanke nun schlagen zu können, wird dank des neuen Swingstep Feature erschwert. Die KI bleibt nun vor einem dribbelnden Spieler und geht in der Rückwärtsbewegung den Laufweg des Angreifers mit. So kann man jederzeit die Kontrolle übernehmen, ohne dass man das Risiko eingeht, einem Spieler zum wiederholten Mal beim kurzzeitigen Nichtstun zusehen zu müssen. Neben der generellen Verbesserung des Defensivspiels der Verteidiger haben Top-Verteidiger nun die Fähigkeit spendiert bekommen, das Spiel zu lesen, also um vornherein den Angreifer wegzuschubsen, um an den Ball zu kommen. Im Gegensatz dazu können nun mit dem rechten Stick stärkere Pässe gespielt werden, damit Verteidiger gar nicht erst die Chance erhalten, den Spieler wegzudrängen. Diese sind wiederum deutlich schwieriger zu kontrollieren. Es ist also im Endeffekt alles eine Frage der Balance. Die wohl beeindruckendste Neuerung ist der neue, komplett in 3D erstellte Fuß jedes Fußballers. Jede Berührung des virtuellen Fußes am Ball bewirkt eine Änderung. So haben Schüsse von Toni Kroos mehr Spin als die der anderen Spieler. Die Ballbehandlung wird also nochmal ein ganzes Stück realistischer und genauer. Daneben habe man sich der Torhüter und deren gravierender Fehler angenommen. Es wurde an einem Konzept gearbeitet, das ein Gleichgewicht zwischen Angreifer und Torhüter herstellen soll. Gezeigt wurde diesbezüglich aber noch nichts. Zu guter Letzt haben wir noch die Frauenfußballabteilung im Gepäck, die wohl das meiste Aufsehen auf der E3 erregte. Wie der Creative Director von ES Sports Canada bestätigte, laufen die Arbeiten, Frauenfußballmannschaften in FIFA zu integrieren, seit drei Jahren. Es mussten hier auch die Körperbauten und Haarbewegungen der Damen berücksichtigt werden. Stand jetzt wird es zwölf Frauenfußball-Nationalmannschaften geben. Spielerinnen wird es aber nicht im beliebten Ultimate-Teamspielmodus geben. Dafür werden sich Frauenmannschaften aber online messen dürfen. Natürlich wie in echt nur Frauen gegen Frauen und Männer gegen Männer. Zusammen mit der weiter ausgebauten Impact Engine soll uns mit FIFA 16 ein anspruchsvolleres und realistischeres FIFA erwarten. Ob dem letztendlich wirklich so ist, erfahrt ihr zuerst bei uns auf Gamecaster. Onze